Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast von und mit Juli Karls, MLB Rookie, Beoboing, Mishka RPG und Der Koali. Folge 12, der 13. Hallo ihr Lieben da draußen und willkommen zu unserem mittlerweile zwölften Podcast, der 13. Hier in neulichen Aventurien geht es rund um Aventurien, DSA und das Rollenspiel. Durch die heutige Folge darf ich als Julicles euch heute begleiten und durchführen und mit dabei sind der mittlerweile zum Inventar gehörende Mishka und als Gast haben wir den Onkel Behemoth da. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht aus dem Debattierclub und wenn nicht, dann lernt ihr ihn heute kennen. Heute geht es, ja, es geht weiter in der Götterwelt und wer ein bisschen mehr dazu hören möchte, kann sich gerne ja unsere Folge 11 und 10 dazu anhören. Da haben wir über die Götterwelt in Aventurien allgemein gesprochen. Heute geht es auch weiter bei den Göttern oder besser gesagt, es geht weiter mit dem einen Gott. Und da habe ich schon direkt die erste Frage an euch. Ist es wirklich der eine Gott, der 13., was unterscheidet ihn von den anderen Göttern? Ja, grundsätzlich eine gute Frage. Ich glaube, das, was den 13. ganz, ganz deutlich von den 12., die wir sonst so herrschend haben, in Alveran unterscheidet, ist, dass er, sage ich mal, eher einen Anspruch auf die alleinige Herrschaft durchsetzen möchte. Was ihm vielleicht auch im Laufe der Zeit zum Verhängnis geworden ist, warum er jetzt vielleicht auch in seiner aktuell misslichen Lage ist, könnte man vermuten auf alle Fälle. Das ist, glaube ich, der deutlichste Unterschied, den man erkennen kann, wenn man sich das anschaut. Wir haben ja ansonsten die 12., die, sage ich mal, in Einigkeit, auf alle Fälle soweit, wie wir es in Aventurien wissen, in Alveran über die Welt ihre schützende Hand legen. Aber der 13., der Namenlose, der, ihm wird ja nachgesagt, dass er schon einen Versuch unternommen hat, oder vielleicht den einen oder anderen, um die Herrschaft komplett an sich zu reißen. Und deswegen von den anderen, sagen wir mal, ausgebotet wurde, vielleicht zu Unrecht, vielleicht zu Recht, das ist für uns aus unserer Situation ja schwer nachvollziehbar. Aber ich glaube, das ist einer der größten Unterschiede auf alle Fälle. Ja, aber zu der Grundfrage dann, es ist auf jeden Fall ein Gott. Obwohl er einen Haufen Aspekte hat, die ihn irgendwie auch wieder nicht ungöttlich machen, sondern mehr als göttlich machen. Denn zum Beispiel ist er der einzige Gott, zumindest der jetzt mir bekannt ist, der Dämonen unter seinem Banner führt. Die zwar auch durch Karma-Energie beschworen können, anstatt durch Magie, aber immerhin es sind Dämonen. Und ich würde fast so weit gehen, dass er fast mehr als ein Gott ist, sondern eher ein metagöttliches Konzept. Denn er ist, soweit ich weiß, der einzige Gott, der in der Geschichtsschreibung an dem alten Glauben der Elfen auftaucht. Da gibt es so Rondra und so weiter nicht wirklich. Es gibt andere Götter noch, aber aus der aventurischen Ecke gibt es den Namenlosen. Das heißt, was verbindet diese beiden Pantheonien? Ich kenne das Mehrzahl von Pantheon nicht. Das macht ihn für mich so spannend. Das ist tatsächlich so. Also das ist einer der wenigen Götter, der in fast jeder Kultur... Ich müsste jetzt mich schon anstrengen und überlegen, in welcher Kultur er nicht vorkommt. Also bei den Elfen ist er das Dasa, oder der, die das Dasa. Dann bei den Echsenmenschen kommt er in Form von Pyrdakor vor, seinem ehemals höchsten Diener. Bei den Schratigen, die soll er ja komplett geführt haben als Volk. Bei den Waldmenschen ist er ja auch in irgendeiner Form vorhanden. Da ist er der ohne Tampam. Und selbst die Ausflüge, die ich schon nach Uturia gemacht habe, sage ich mal, da tritt er auch in irgendeiner Form in Erscheinung. Und wenn es in Uturia 1 gibt, dann sind es mehr als genug Götter. Ja, also zumindest hat er in Uturia im Vergleich zu Aventurien mit den Katariak ziemlich, ziemlich mächtige Diener. Das sind ja natürlich schon richtig tief im Thema drin. Also über was wir uns definitiv einig sind. Es ist ein Gott. Ja. Und es ist der 13. im Zwölfgötterglauben zumindest. Und wie Onkel Behemoth schon angedeutet oder sogar gesagt hat. Also ich habe dafür, dass er der Namenlose ist, habe ich sehr, sehr viele Namen gefunden. In Aventurien fängt es damit an, Gott ohne Namen, der Namenlose, der Gesichtsloser. Der 13. im Zwölfgötterglauben. Elfen hast du ja schon genannt, Dasa oder auch Rattenkind. Dann der güldne oder goldner Gott im Chrysotheus oder in Aventurien. Älterer der Äonen, auch genannt. In den Thulamiden, heißt er Iblis. Bei den Nevesen, der Überzählige. Das ist halt nicht der Zwölfgötterglauben, also kann es nicht der 13. sein. Er gibt Sinn. Der Bruderlose, der Geschwisterlose, der Geflügelte in Maraskan. In den Zyklopeninseln, Herr des Weltenbrandes. Bei den Gias-Kalendern, der Nachtschwarze. In Fasar, der verstümmelter Gott. Genau, der Verheißen auch nochmal bei den Zyklopeninseln. Bei den Trollen gibt es sogar einen Namen für ihn, nämlich das Nachtlicht. Dann haben wir noch, also die Liste ist sehr lang, egal wo man hin. Und Uturia, hat er den Namen Burdu. Bei den Anhängern heißt er Beherrscher der Welt. Großmächtiger Herr, der wahre Herr. Und so weiter und so fort. Also es gibt sehr, sehr viele Aspekte. Und dennoch, egal wo man hinschaut oder nicht hinschaut, verkörpert er eigentlich das Böse. Was unterscheidet ihn da eigentlich von den Dämonen, von dem Bösen, was eigentlich auch in Aventurien bekämpft wird? Wenn man jetzt nicht gerade einen Held spielt, der böse sein möchte. Also ich glaube, das Spannende, wenn man sich das anschaut, Mischke hat es ja schon angerissen, also man munkelt ja, dass der Namenlose sich ja auch in seiner Situation zwischen dem, der, sag ich mal, der göttlichen Sphäre und dem Chaos, wo die Dämonen herrschen, dass er da auch irgendwie eine Möglichkeit gefunden hat, sich eine Domäne der Dämonen anzueignen oder zu unterjochen. Man weiß es nicht genau. Alles, was der Götter angeht, sind unsere Informationsquellen sowohl inneraventurisch als auch außeraventurisch, sag ich mal, nicht von idealer Qualität. Wir haben häufig Sachen, die entweder von Institutionen erzählt werden oder es sind subjektive Erzählungen. Und das heißt, der Namenlose steht irgendwie in Kontakt mit Dämonen. Aber ich glaube, das Typische, was einen Gott von einem Dämon unterscheidet, ist, dass ein Gott irgendwie die Schöpfung noch bewahren möchte. Was er mit dieser Schöpfung macht, sei erstmal dahingestellt. Aber für mich sind Dämonen im krassen Gegensatz dazu, die sind da, weil sie die Schöpfung auslöschen möchten. Also, mit anderen Worten, er ist nicht so ein paradoxes Konstrukt wie die Dämonen. Also, angenommen, jetzt Belhalla würde warum, also der Krieger-Dämon für die, die die DSA nicht so gut kennen oder Xafai auch genannt, käme auf die Erde, würde einfach das tun, was er macht, umbringen, würde alle umbringen, wäre er theoretisch danach verschwunden, weil er niemanden mehr hätte, der an ihn glaubt, der ihm opfert, wie auch immer. Von daher, schlechtes Konzept oder schlechtes Nachwuchskonzept, sag ich mal so, da ist das Namenlose definitiv besser. Und bin ich überlegen, auf der Meta-Ebene, um jetzt die derische Brille, also die Brille von uns anzusetzen, gab es, wenn ich mich richtig erinnere, im Kanon den Namenlosen vor den Dämonen. Also, um jetzt auch DSA 1 betrachtet, oder auch generell ist der Namenlose der Klassiker-Bösewicht, sag ich mal. In jedem zweiten Abenteuer gibt es Namenlosenkulte, die haben das Böse gemacht, die sind dran schuld und die darf man auch bestrafen, die darf man auch wegsperren und so weiter und so fort. Dämonen sind dann nochmal eine andere Waagschale als Gegner jetzt. Das ist auch so ein Ding. Der DSA-Welt, der muss für alles herhalten, der arme Kerl. Ja, also er liefert auf alle Fälle den klassischen Bösewicht, wo man, also den klassischen NSC-Bösewicht kann er uns auf alle Fälle liefern, wo man vielleicht noch drüber nachdenkt, ob man mit dem eine Gerichtsverhandlung macht, den man jetzt vielleicht nicht gleich komplett vernichtet. Ein Dämon ist da relativ einfach, sag ich mal, zu handhaben, als für Spielende und auch für Spielleitende. Der Dämon ist da, der Dämon ist böse, der Dämon muss ausgelöscht werden. Genau, aber das verhandelt man nicht. Wir dann schon so, also im Prinzip ist, ich benutze jetzt mal einen von den vielen Namen, einfach der Namenlose, ist wahrscheinlich ursprünglich, sag ich mal, geschichtlich außeraventurisch, also mit unseren, also OT, also außerhalb des Charakters betrachtet, einfach als der klassische Bösewicht entstanden. Und dahinter verwirrt sich aber dann doch einiges mehr. Zum einen sind es natürlich die klassischen NPCs, die dem Kult des Namenlosen angehören, die man eben einfach als Feind, als Meister werfen kann. Aber mittlerweile gibt es da ja auch viel mehr, was dahinter steckt. Es gibt ja die Charaktere, die die Anhänger, man kann ja einen Anhänger eines Namenlosen spielen, vielleicht nicht offen direkt ausspielen, vielleicht auch Grauzone, man weiß es nicht. Also es, das steckt ja viel mehr hinter, als einfach der klassische Bösewicht, nur. Die Dämonen sind hinzugekommen, wo es mittlerweile ja auch viele Verbindungen gibt. Da leite ich doch mal zu der einen Frage direkt über, wo wir bei den Dämonen sind. Und was steckt denn hinter dem Namenlosen und seiner Beziehung zu den Dämonen dahinter? Also welche Verbindungen gibt es? Ist er mit den Dämonen? Benutzt er die Dämonen? Ist er gegen die Dämonen? Wo könnte man ihn besser einordnen vielleicht? Also in der aktuellen Situation, nicht historisch betrachtet, denke ich mal, mag er den Dämonen nicht so ganz so gerne, da er ja, wie wir es eben schon angerissen hatten, oder wie Onkel Behemoth eben angerissen hat, dass er an den Sternenwall gekettet ist, also sprich einen Riss, den er selbst im Himmelszelt verursacht hat. Daran wurde er gekettet, damit dieser wieder verschlossen wird. Und die Dämonen kratzen seitdem an seinem Rücken rum, also tun ihm nicht gut. Deswegen wird er sie wohl gerade im Moment nicht mögen, was er vorher mit denen vorhat, also warum der Riss in den Sternenwall kam, ist, glaube ich, jetzt nicht zu 100% beschrieben, aber lässt sich vermuten, dass es nicht positiv war. Also grundsätzlich gibt es da ja ein paar Erzählungen auch, also auch in der zwölfgöttlichen Kirche, gerade zu dem Riss, an dem er gekettet ist. Man erzählt sich auch, wie weit das war, es ist ja immer dahin zu stellen, ist, dass in der Zeit, wo er seine, sag ich mal, eine große Vorherrschaft auf Dehre hatte, die Zwölfe im Zuge seiner Bindung oder im Kampf gegen ihn seine Diener durchbesagten Riss in die Niederhöllen geworfen haben und deswegen da der Sternenwall geschwächt war und der im Zuge eines Racheaktes, was ja auch ein Aspekt von ihm ist, diesen dann durchschlagen hat, um den Dämonen halt den Zugang zur Schöpfung zu gewähren und dafür wurde er dann entsprechend festgekettet. Aber die Beziehung zwischen dem Namenlosen und den Dämonen ist, glaube ich, bringt so viel Interpretationsspielraum mit sich, weil er ja viele Verknüpfungen dazu hat. Also wir haben die Domäne, er hat ihnen den Zugang ermöglicht, dann gerade auch, wenn es nicht mein Thema ist, aber die Dämonenkrone hat ja wohl auch eine Beziehung zu ihm. Man sagt ihm wohl ja auch nach, dass er die vollständige Dämonenkrone auch selbst getragen hat. Und er wird ja auch einen gewissen Plan verfolgt haben, als er sich mit Dämonen eingelassen hat. Ob sie nun einfach jetzt als Werkzeug für ihn dienen oder ob es dann einen größeren Plan gibt, ist ja von unserer Seite aus schwer zu sagen. Bedeutet, die Geschichte ist eigentlich ja noch offen, wo wir schon mal kurz anreißen könnten. Aktuell befinden wir uns ja in der aktuellen DSA-Geschichte im 12. Zeitalter, sage ich jetzt und behaupte ich jetzt einfach mal so. Bedeutet, irgendwann wird wohl das 13. kommen. Und da kann ja vieles passieren. Ich glaube, da gibt es auch einige und viele Theorien, was wie wo passieren kann. Eine der Prophezeiungen, die ich mal tatsächlich gelesen habe, die mir so ein bisschen begegnet ist, ist, dass der Namenlose am Ende aller Tage an der Seite der Zwölfgütter gegen das Chaos und gegen die Erzdämonen streiten wird. Also ich glaube, dass das nicht passiert. Das hat aber auch, sage ich mal, mit den jüngeren Veröffentlichungen unter DSA 5 zu tun. Es gibt ein Abenteuer, ohne jetzt groß in die Tiefe zu gehen, was am Anfang des Produktlebenszyklus von DSA 5 erschienen ist. Und dort taucht eine 14. lehnt eine Lobpreisung auf. Und da bleibt natürlich zu vermuten, ob die dort in einem Wahn oder in einer Verblendung geschrieben wurde. Aber da ist es eher geht es in die Richtung, dass der Namenlose allein herrschen möchte. Inwieweit da die Zwölfe dann noch eine Rolle spielen als niedrig gestellte Diener in diesem Weltbild, was man sich da ausmalt, oder ob die dann komplett aus der Existenz getilgt werden, sofern sie das können, ist da noch offen. Gut, wäre aber jetzt, würde in meinem Kopf jetzt nicht gegen die Theorie mit diesem Endkampf sprechen. Er könnte erst mal mit den Zwölfen zusammen gegen die Dämonen kämpfen, und wenn er die weggeräumt hat, dann räumt er irgendwie die Zwölfe noch weg, damit er alleine herrschen kann. Wäre aber für mich jetzt so auf der Meta-Ebene absolut das Thema, okay, wir wollen jetzt den Deckel auf DSA drauf machen, das Thema ist jetzt durch, wir machen jetzt ein ganz neues Regelsystem. Wäre so für mich der Krieg der Magier 2.0 als letztes Abenteuer, das jemals für DSA rauskommen würde, also unwahrscheinlich, ja. Naja, oder der Zugang zum DSA Multiverse. Uh. Ja, genau. Wobei, es wäre auch, wenn das Ende aller Tage erreicht ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei den Maraskanern gab es irgendwie sowas, was ist, wenn der Welten-Diskus am Ende ankommt und einfach wieder zurückgeworfen wird. Könnte auch sein. Ende aller Tage kann auch der Anfang von, der Wiederanfang, der Neuanfang oder der zurückkehrende Anfang sein. Der Kreis schließt sich, je nachdem, wie man es betrachtet. Der Anfang der Nächte. Das Ende aller Tage ist der Anfang der Nächte. Dann fangen die Nächte des Namenlosen an. Ja. Wenn man natürlich da so das Ende offen hat, das bringt mich automatisch natürlich zum Inneraventurischen, zu der Frage, warum gibt es Leute in Aventurien, die den Namenlosen anbeten, wenn er doch das Ende aller Tage bedeutet, wenn er eigentlich das Böse ist. Wobei wir schon festgestellt haben, vielleicht gibt es ja auch Grauzonen, wo er nicht das einzig Böse ist. Es gibt ja Theorien, habe ich mal irgendwie gelesen, wo durchaus Leute bestreiten, dass es durchaus seine Berechtigung hat, ohne Grund auf Böse zu sein, einen Anhänger des Namenlosen zu spielen. Aber warum gibt es in Aventurien Leute, die ihn anbeten? Würde ich mal die hobbypsychologische Sichtweise auspacken. Ganz einfach, weil Menschen nach Macht streben. Und wenn sie in ihrem normalen Umfeld nicht zur Macht kommen, ob das jetzt geltliche Macht ist, weltliche Macht, kirchliche Macht, was auch immer, und dann kommt so jemand, hey, ich kann dir da helfen. Also auch genauso wie, wieso macht man Dämonenpakt, wenn man doch weiß, hey, es gibt irgendwann das Ende der Kreise erreicht. Und, naja, anderes Thema. Oder warum verkauft jemand Drogen, von denen er weiß, meine Konsumenten werden sterben? Ist doch doof. Und es ist noch verboten, ich muss ins Gefängnis. Also es kann gar nicht gut für mich ausgehen, die Story, aber ich mache es trotzdem, weil der schnelle Reichtstum versprochen wird, die schnelle Macht, das schnelle Ansehen. Wäre jetzt so auf der Meta-Ebene meine Antwort. Klar. Wenn ich das 13. Kind der Familie bin, sowieso nie genug vom Essen mitbekommen habe, immer von allen gehänselt und geprügelt wurde, denen werde ich es allen mal heimzahlen. Wenn ich groß bin, werde ich Anhänger vom 13., dann trete ich euch allen hinterher in den Popo. Wäre so für mich eine typische Person, die Anhänger noch vom Namenlosen werden könnte. Also ich gehe bei dem Punkt mit dem Faktor Macht auch mit. Würde das aber ein bisschen anders auslegen, weil ich glaube, bei vielen ist es so, dass es die Macht über sich selbst ist, dass es ganz viel auch mit Selbstbestimmung zu tun hat, weil gerade durch die Institutionen, die wir ja im Zwölfgötterglauben haben, haben wir auch bestimmte Folgen, die davon ausgehen. Soll jetzt einfach mal heißen, zum Beispiel haben wir von Pryos eine festgesetzte Ständeordnung, auf die sich der Adel beruft. Das ist jetzt gut für denjenigen, der ganz oben steht, aber das ist ganz doof für denjenigen, der ganz unten steht, zum Beispiel einem Leibeigenen. Und der ist natürlich, sage ich mal, für solche Einflüsterungen oder auch für solche Verlockungen, denke ich, sehr empfänglich. Dass gerade der Namenlose viel Freiheit verkauft. Ich denke auch, dass auch viele Bettler ganz typisch da in die Frage kommen, wer könnte ein Anbeter des Namenlosen sein. Also gerade da eben ja auch die Assoziationen mit Ratten und, sage ich mal, von Ratte ist es zu Gosse nicht weit, ist da ziemlich naheliegend. Und ich glaube, dass das tatsächlich der größte Punkt ist, dass man die meisten Menschen in Aventurien kriegt, indem man sagt, hallo, ich habe hier etwas, womit ich dir Selbstbestimmungen gebe. Macht über dich selbst. Weil er verlangt nicht von mir, dass ich irgendwas tun muss, sondern sagt hier, ich gebe dir, sage ich mal, Freiheit. Dafür musst du vielleicht ein bisschen von dir selbst geben, um diese Freiheit zu bekommen. Aber das wäre dann auch derjenige, der im Gerberviertel arbeitet und da arbeitet, weil es vorbestimmt wurde oder derjenige, der in eine vorbestimmte Hochzeit hineingebracht wurde. Also, ich glaube, gerade institutionell gibt es da auf alle Fälle ganz viele Ansatzpunkte, wo man sagen kann, mir wird da persönliche Freiheit genommen und der, die das namenlose oder die namenlose Kirche gibt mir da auf alle Fälle Punkte, wo ich sagen kann, ich kann mich aus meiner Misere befreien. Das bedeutet, dass es nicht nur reines Böses nach Machtstreben ist als Anhänger des namenlosen. Da kann es durchaus auch andere Gründe geben, was du jetzt genannt hast, wie zum Beispiel die Änderung der vorhandenen Ordnung. Also, das heißt, der namenlose unterscheidet sich ja von den Dämonen, die Dämonen wollen zerstören. Gut, der namenlose will ja nicht unbedingt alles zerstören. Vielleicht die vorhandene Ordnung und er möchte alleine herrschen. Aber bedeutet nicht, dass er ja alles und jeden zerstören will. Täuschung, Verführung, Verrat, man weiß es ja nicht so ganz genau. Ähm, bedeutet das, man von vornherein, wenn man Menschen oder Aventuriern, die den namenlosen anbeten, irgendwie begegnet, was ja nun nicht so direkt, meistens offensichtlich passiert, aber nicht von vornherein, dass Böse an sich unterstellt. Oder vielleicht auch eben andere Gründe vorhanden sind. Vielleicht auch, den sogar aus einer anderen Perspektive betrachtet man sagen könnte, aus ihrer Sicht wollen sie was Gutes tun, denn sie wollen die schlechte vorhandene Ordnung für den Bettler, für den Leibeigenen, für all die unterdrückten Menschen ändern und es besser machen. Oder? Genau, das ist für mich die Definition von Böse sein oder nicht Böse sein. Wann bist du böse? Wenn du dem, was gerade als gut definiert bist, widersprichst und wenn du eine andere Ordnung bist, als die, die gerade definiert ist, bist du per Definition böse. Ich wollte gerade sagen, also grundsätzlich haben wir ja auch in den Erzählungen, die so rumkursieren, haben wir ja auch den Punkt, dass der namenlose Gott in einem früheren Zeitalter maßgeblich über alle geherrscht hat, also seine, wohl die ersten Geweihten praktisch initiiert hat und damit deren Seelen an allen anderen Göttern vorbeigeschafft hat, nur zu sich selbst und das in so großem Stil gemacht hat, dass die anderen Götter gesagt haben, Obacht, so aber nicht, mein Freund, und sich deswegen mit ihm angelegt haben und das wäre ja genau der umgedrehte Fall zu jetzt. Damals war er die herrschende Macht und die anderen zwölf haben sich aufgelehnt, damit wären sie ja aus dieser Perspektive die Bösen gewesen, weil sie ja die vorhandene Ordnung gestürzt haben, indem sie dann den namenlosen gebunden haben und das ist ja auch das, womit namenlose Anhänger ja auch Leute überzeugen. Die sagen, er ist der Erstgeborene, er ist der Herrscher der Herrscher, warum, warum gehen die Zwölfe und sagen, nein, wir wissen es besser, wir haben ihn jetzt so gebunden. Ja. Fragt man sich ja quasi direkt, was sind denn ihre Ziele? Also wir haben ja schon in den letzten beiden Folgen festgestellt, ohne Glauben gäbe es keine Gütter, sozusagen, gab ja die Theorie, also wenn die Aventurier nicht an die Gütter glauben würden, dann wäre deren Macht ja auch sozusagen nicht zu stark. Hat der mal so in den Raum geworfen? Sprich, ohne Anhänger wäre der namenlose vielleicht gar nicht da. Vergessen? Irgendwo? Aber es gibt sie, die Anhänger und sie müssen ja irgendwelche Ziele haben, sie müssen ja etwas verfolgen, sie müssen etwas wollen und dafür ja nun auch etwas tun. Aventurisch gesehen, also innercharakterlich, ob als NPC oder Charakter, also spielender Charakter ist ja jetzt irrelevant, also der Aventurier an sich. Was ist denn das Ziel der namenlosen Anhänger? Gibt es da eine ganz große Gemeinschaft, die ein Ziel verfolgt oder ist das alles so ein bisschen unterschiedlich, zerstreut? Wenn man jetzt einfach die Antithese zu dem, was du gerade gesagt hast, aufnimmst, also wenn keiner mehr an ihn glauben würde nach der Magiertheorie, dass er dann oder an die Götter generell würde, dass sie verschwinden würden, wäre die Umkehrschluss, wenn genug an ihn glauben würden, könnte er sich vielleicht aus seinem Gefängnis, das an der Breche ist, befreien und das ist zum Beispiel auch ein Ziel, soweit ich weiß, von einem der namenlosen Kulte, ihm genug Energie beziehungsweise Zakarian genannt zu opfern, dass er genug Kraft bindet oder Kraft entwickelt, seine Ketten zu sprengen und das Weltenende auszulösen. Ja, also grundsätzlich finde ich das immer ein bisschen schwierig mit dem Glauben an die Götter und deren Macht, weil es im Zwölf-Götter-Pantheon, sage ich mal, so Sonderfälle gibt, die, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht die große Menge an Gläubigen haben, aber trotzdem eine Vormachtstellung haben. Hirun zum Beispiel. Also viel verehrt im Norden wegen dem Winter, umso weiter südlicher ich komme, umso mehr nimmt es ab. Aus Höflichkeitsgründen Höflichkeitsgründen hat man sich dann noch einfallen lassen, dass es noch so Jagd auf See ergeben könnte, die das mitmachen. Aber im Vergleich zu einer Pryos-Kirche ist eine nicht existente Firunkirche, sage ich mal, von einer Menge an Glauben, sehr, sehr winzig. Da sind wir wieder bei dem Thema, was ich schon gesagt habe, gerade diese Information, wie es sich mit Göttern verhält, sind viele Erzählungen bei, viele Kirchenerzählungen haben wir auch. Wir wissen gar nicht so richtig, woher die ihre Macht haben. Und gerade wenn es um die Menge an Gläubigen geht, hat laut DSA-Setzungen müsste ja der namenlose unwahrscheinlich viele haben, weil der hat ja mit dem Riesland, diesem Kontinent, der bloß mit einem Gebirge, also bloß durch ein Gebirge von Aventurien getrennt ist, ja eine riesige Landmasse, die ja wohl ihm komplett verfallen sein soll, wo auch seine Herrscheren und Armeen aktuell bereitstehen, dann sollte das eigentlich kein großes Problem sein mit den Ketten. Aber um den Bogen zurückzuspannen zur Frage, was machen namenlose Diener eigentlich, also ich glaube, dass viele da ihre egoistischen Ziele verfolgen im Sinne von sich selbst befreien aus der jetzigen Ordnung und dann gibt es auch noch Leute, die, sage ich mal, so ein bisschen den Hut aufhaben, dass nicht keine richtig organisierten großen Kulte gibt, die wahrscheinlich so an tausend Stühlen gleichzeitig sägen. Weil namenlose Geweihte sind ja auch, oder man sagt ihnen nach, dass sie große Kirchen ja auch unterwandert haben sollen und sich aufgrund ihrer karmalen Kräfte, da sie nicht dämonisch sind, dort gut dort verbergen können und das heißt auch, dass selbst in einem Prajos Tempel ein Tempel Vorsteher könnte eigentlich dem namenlosen geweiht sein und das ist glaube ich auch die Schwierigkeit beim Ausspielen, ein richtig guter namenlos Geweihter würde eigentlich niemals auffallen. Genau, der wäre normaler als die normalsten, also es gibt ja tatsächlich Abenteuer, wo namenlose Priester, wie du schon sagtest, sogar Tempel Vorsteher sind, dann aber doch die Götter so vermenschlicht werden, dass die das dann mitbekommen beziehungsweise nicht mit der Vorsteherin, sondern dass ein Artefakt des namenlosen in der Stadt ist und dass die dann persönlich sagen, so die Stadt platt, kenne ich nix, die paar Menschen, die mich da anbeten, das ist mir total egal, für das größere Wohl, Jungs, ihr müsst jetzt alle sterben. Also, hm, würde ich mir jetzt Volk jetzt Gedanken machen, ob ich so Götter anbeten wollte. Ja, also, wie gesagt, ich glaube, dem namenlosen Kult oder den namenlosen Anhängern wird es auch teilweise sehr einfach gemacht, Punkte zu finden, wie man dem einfachen Volk es verkaufen kann, in HW nachstelle ich hin und sage, Mensch, Leute, eure halbe Stadt wurde von Effert unter Wasser gesetzt, hier gab es eine riesen Katastrophe, ist es das wirklich wert, den anzubeten? Ja, denkt doch mal nach, was soll das eigentlich? Ja, oder eine Rondra-Kirche, ja, hallo, lieber Knecht, nur weil sich jetzt zwei Adelige nicht mögen und da Landstreitereien haben, musst du jetzt in den Kampf ziehen, dein Leben opfern und im besten Fall das Ganze denn noch im Zweikampf machen, damit du besonders vor der Herrin Rondra glänzen kannst, ist es das denn wirklich wert? Ist doch dein Leben, willst du nicht ein bisschen Selbstbestimmung haben? Also dreht sich doch einiges tatsächlich um den Aspekt Freiheit, da wo man mit Freiheit sage ich mal Leute packen kann, oder? Födern kann, das ist, ja. Ich will es eigentlich nicht Freiheit, sondern Verführung nennen, weil du kannst ja jedem einreden, dass er nicht frei genug ist, dass er nicht Geld genug hat, aber guck mal, wenn du das noch machst, dann hast du doch schon was du willst, du musst nur ein bisschen an mich glauben. Findest du immer jemanden, der reicher ist, oder der mehr Freiheiten hat, oder der was auch immer besser lesen kann, das ist ja relativ einfach, und da sehe ich auch die Kunst der namenlosen Anhänger vielleicht nur noch von Facts gleichgezogen ist, so diese Einflüsterung des Überzeugens. Also für mich sind mal namenlose Anhänger nicht so die Mörderhobos, die sie früher waren, ach, wir haben den Hempel, die bringen einfach mal regelmäßig Leute um und opfern die an den namenlosen Tagen, wo wir übrigens auch noch drüber reden sollten, dass er seine eigene Zeit im Kalender hat, sondern dass es doch sehr gewiefte Leute sind, also für die Leute, die Vampire The Masquerade spielen, sind auf jeden Fall Ventrue-Klasse. Um mal Bezug zu anderen Systemen zu haben, das ist also definitiv die Täuschung, die Heimtücke, die dann aber, ihr sagtet ja, einen wirklich guten Anhänger des namenlosen würde man nicht erkennen. Gibt es denn noch Punkte, wo man vielleicht als Kenner, als aventurischer Kenner oder jemand, der irgendwo in den Kult reingerät und sich dann anfängt, richtig oder tief drin steckt, dass man die erkennt? Gibt es da eindeutige Zeichenpunkte? Naja, der absolute Klassiker, der auch immer der erste Hinweis ist, der wahrscheinlich auch schon viele paranoide DSA-Spielende am Tisch zurückgelassen hat, ist die Selbstverstümmelung. Also, dass irgendwie ein Ohr, eine Nase, ein Finger fehlt. Jetzt haben wir in Aventurien das grundsätzliche Problem, dass ich genau diese Selbstverstümmelung auch sehr gut tarnen kann. Da wir ja auch in einer größtenteils mittelalterlichen Welt unterwegs sind, haben wir viele Arbeitsverletzungen zum Beispiel. Es ist nicht unüblich, dass ein Bauer mal einen Finger verliert oder dass irgendjemand, der in einem Sägewerk arbeitet, da irgendwas verloren hat. Genauso sieht es auch aus bei Chorgeweihten ist es nicht unüblich, den Zehnten, also den kleinen Finger der linken Hand Chor zu opfern, damit man dann in der Zahl neun Finger hat, die dann via Chorge fällig sind. Das ist so der Klassiker, woran man einen namenlos Geweihter erkennt, dass sie sich in irgendeiner Form selbst verstümmelt haben, weil das der Eintritt in den ersten Weihgrad ist, Nachteil an der ganzen Sache ist, deswegen paranoide spielende, ich kann auch bestimmte Gefühle opfern dafür. Und es ist schwierig vielleicht zu transportieren, dass jemand nicht mehr traurig sein kann oder kein Lustempfinden mehr hat oder vielleicht nicht mehr weinen kann. Also damit wäre dann unsere namenlos geweihte Person wäre damit dann schon wieder sehr sehr gut getarnt durch diese Art der Selbstverstümmelung. Aber meine Erfahrung ist es tatsächlich, es kommt ein Nichtspieler Charakter in die Szenerie, ist in irgendeiner Form verstümmelt und jeder der länger als drei Jahre sage ich mal DSA gespielt hat, bei dem geht dann sofort eine Alarmglocke an, wie, dem fehlt eine Hand. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten, erst ein Dieb oder erst namenlos geweiht. Oder war im Krieg. Ja, nein. Ja, ja, nein. Aber das ist halt genau, also nicht nur bei DSA generell die Gefahr, dass wenn du es zu lange spielst, dass du dann immer mehr ins Metagaming abdriftest. Schwierig. Also, wäre ich jetzt erst niemand würde sagen, der hat geopfert, sein Gefühl für Geschmack für gutes Essen oder Wunder bei gutem Essen zu empfinden. Bombensache. Fällt keinem auf, interessiert sowieso keinen, wenn er isst, aber dann würde ich von dem Charakter erwarten, dass er genau der Sache immer wieder nachstrebt und nochmal es versucht irgendwie zu erleben. Sonst hat das für mich keinen Story-Ark, keine Bewandtenis für den Charakter. Dann ist es einfach nur, wo kriege ich die Punkte her. Ja, ganz schwierig finde also da man relativ selten barfuß unterwegs ist, es ist auch so etwas, es ist so gut versteckt, ja. Ja, richtig. Muss ja spielerisch ja auch etwas bringen, es bringt ja nichts, NPC oder etwas ins Spiel zu bringen, gerade als Meister, was dann überhaupt nicht zutage kommt oder überhaupt nicht wichtig ist. Wenn man ein bisschen verwirren möchte, die abgehackte Hand, okay, um vielleicht eine falsche Spur mal zu streuen und vielleicht hat man ja auch mal Lust, seine Mitspieler so ein bisschen an der Nase herumzuführen, die dann irgendwelchen namenlosen Kulten nacheifern und vielleicht den namenlosen Kult überhaupt einbringen will, aber tatsächlich nicht den ausspielen will, ist sicherlich mal ganz nett, aber umgekehrt einen namenlosen ins Spiel zu bringen, der dann am Ende gar nicht erkannt werden könnte, würde ja auch keinen Sinn machen als Spielleiter, also, die bringen ja nicht genau, grundsätzlich sollten die Spielenden immer die Möglichkeit haben, dem Bösewicht auch das Handwerk zu legen und damit darf er nicht, also, der muss irgendeine Schwäche haben, womit er auch gefasst werden kann und das gilt für den meisterlichen Meisterdieb genauso, wie es für den namenlosgeweihten gilt, also, wenn ich jemanden habe als Antagonist, müssen ja meine Protagonisten irgendeine Möglichkeit haben, im besten Fall dem Paroli zu bieten und nicht, dass er seinen Masterplan im Dunkeln durchzieht und nach zwei Jahren gemeinsamer Campania steht er Dankeschön, dass ihr mir immer in die Karten gespielt habt, ich bin jetzt raus, ich habe gewonnen, danke. Ja, wäre etwas vielleicht in die falsche Richtung gelaufen. Das heißt, es gibt definitiv auch andere Punkte, an denen man den erkennen kann, wäre auch vielleicht ein bisschen einfacher, also, wir sind jetzt hier so ein bisschen an dem Punkt gelangt, wie werfe ich einen NPC als Meister vom namenlosen Kult ins Spiel. Ich war vorhin noch ganz kurz, um so ein bisschen einmal zurückzurudern, als wir bei dem Punkt Freiheiten waren, da stellte sich mir die eine Frage noch, die Gewalten voll des namenlosen folgen ja keinem Moralkodex an sich, das heißt, gibt es keine Moral unter den namenlosen Anhängern, regeltechnisch muss man ja als namenloser Gewalter keine Prinzipien treuer mitnehmen, sondern nur die Verpflichtung gegenüber dem Kult. Passt das auch ins Bild der namenlosen Tage, die so ein bisschen als moralfreie Tage verpönt sind in Aventurien? Finde ich hängt auch wieder davon ab, wie der Meister seinen NSC darstellen will, wieder genau das Gegenteil, wenn du den wirklich Gewieften haben willst, dann wird er jemanden spielen, der zumindest augenscheinlich nach außen sehr viel moralischen Prinzipien folgt, oder zumindest den moralischen Prinzipien, die er darstellt, wie er das dann im Hintergrund macht, das ist jetzt mal ein anderes Thema, aber für mich bringt Prinzipientreue der Kirche gegenüber einen gewissen Moralkodex mit sich, also ich verrate nicht meine Mitverschwörer einfach so, weil ich Lust drauf habe und weil ich an dem seine Frau dran will oder sein Haus haben will, sondern das ist ja schon eine Art von Gemeinschaft. Ja, also es ist natürlich, es ist eine Gemeinschaft, in der Gemeinschaft verfolgt man ja auch in der Regel das gleiche Ziel oder ähnliche Ziele auf alle Fälle, aber man muss schon dazu sagen, dass es nicht so starke Prinzipien gibt, wie man sie jetzt bei der zwölfgöttlichen Kirche sieht, wie die Pflicht, die Wahrheit zu sagen oder den Zweikampf als höchste Form der Kampfkunst anzustreben oder ob es nicht der Verzicht auf Fallen bei der Jagd ist und was es nicht noch alles gibt. Also da sind namenlos Geweihte sage ich mal sehr frei in der Auslebung ihres Glaubens. Man könnte aber auch da natürlich die Gegenthese aufstellen, dass es dem Namenlosen einfach egal ist. dass man einfach sagt, er möchte Leute haben Personen, die an ihn glauben, die ihm die Kraft geben, die ihn stärkt und seine und die Selbstopfer an ihn machen und solange wie die das tun, ist das okay und wie die das tun, warum die das tun und mit welchen Mitteln die das tun, ist egal. Freiheit hat das Motto, Erfolg gibt ihr Recht. Genau. Womit wir bei dem Punkt Freiheit wehren, sie haben alle Freiheiten, das zu tun, was sie möchten und ihre Macht zu mehren. Können sie denn so die Macht mehren beziehungsweise kann er denn so viel handeln und hat er so viel Spielraum, obwohl er ja von den Zwölfen eigentlich gebunden wurde und wir haben ja vorhin ja auch gesagt oder festgestellt, er stopft ja gerade das Loch zu und die Dämonen sind dahinter. Kann er so viel tun? Also ich stelle mir das schwierig vor. Also grundsätzlich hat der Namenlose an sich ja eine sehr gute Variante gefunden, mit seiner jetzt misslichen Lage umzugehen und zwar das, was er von seinen Anhängern, nämlich die Selbstverstümmelung, die er da verlangt, das macht er auch selbst. Also er hat seine rechte Hand zum Beispiel geopfert, seine Zähne, ein Auge, seinen Samen und versucht damit oder ist damit in einer gewissen Form handlungsfähig und ich glaube auch, das ist auch so ein wichtiger Hebel, gerade wenn es dieses Glaubenskonstrukt und den göttlichen Erzählungen gibt, die es auch von den Kirchen gibt, wird es für den Normalaventurier, der sich damit auseinandersetzt und in diese Richtung schon driftet, der wird sich viele Fragen stellen, warum, wenn unsere Götter so mächtig sind, kann dieser Namenlose eigentlich noch was tun? Was macht er da eigentlich? Warum schaffen die das nicht, den zu besiegen? Wieso? Und das vermuten ja aktuell viele, wir haben ja in DSA 5 ist ja das Thema Sternenfall ganz groß und da ist ja auch die Vermutung nahe, dass der Namenlose sich am Himmelszelt in seinen Ketten schon winden kann und dadurch Sterne vom Himmel fallen und die Zeitenwende halt entsprechend damit unterstreichen und verhältnismäßig hat der Namenlose wirklich, sage ich mal, dafür, dass er eigentlich seinen Namen verloren hat, damit niemand mehr an ihn glauben kann, er von den Zwölfen überwältigt wurde und ans Himmelszelt gekettet, wo der Mütter keinen Unfug mehr macht und von hinten von Dämonen zerfressen wird, noch relativ viel Kraft. Wir stimmen, wir nicken hier alle zu, deshalb die Stille. Ich glaube, wir hatten nie, generell gibt es nicht den Anspruch, dass Götter generell oder irgendein Gott, die Summe der Götter oder die Summe der Dämonen oder die Summe irgendwelcher anderer Wesen allmächtig sind, es bleibt immer Handlungsspiel Raum für Anderes und so ist es beim Namenlosen auch. Also ich glaube auch gerade mit dem aktuellen Plot ist es ja auch ganz spannend, weil sich ja auch immer mehr Götter auch zeigen, auch aus vergangener Zeit, die wieder erstarken, wohin das irgendwann mal führt. Vielleicht kommen wir ja dazu, dass tatsächlich dieses Konstrukt der Zwölfe irgendwann mal aufgebrochen wird und der Namenlose vielleicht nicht besiegt wird, aber vielleicht seine Macht aufgeteilt wird auf alle anderen. Wohin das führt, wissen wir nicht, aber ja, es gibt keine Allmächtigkeit tatsächlich. Und wir wissen nicht, ob Götter sterben können, das wissen wir auch nicht in DSA, ob ein Gott sterben kann oder ob er einfach in seiner Macht immer weiter zusammenschrumpft, bis sich mal wieder jemand findet, der tatsächlich ihm seine Kraft spendet. Da bleibt es ja tatsächlich sogar sehr sehr spannend, weil wir das geschichtlich DSA geschichtlich entwicklungstechnisch bis jetzt noch nicht erlebt oder gesehen haben. Und das ist ja die große Frage, die sich ja allen stellt, was passiert im 13. Zeitalter? Die Prophezeiung, wenn er aus dieser Lücke herausbricht, strömen die Dämonen nach Aventurien, bricht das Chaos aus, passiert dann das doch, dass er gegen die Dämonen kämpft? Erstmal mit den zwölf Göttern. Erstmal. Ist das ein Zwischenübergang? Das ist halt, ich glaube, die große spannende Frage, wenn das 13. Zeitalter kommt, ist es das Ende? Sollte man sich dann jetzt schon gegen den namenlosen wehren oder nicht? Oder abwarten, Tee trinken? Oder ist es die oft Frage, kann ich das noch abwehren? Kann ich das noch ändern? Ich würde jetzt mal den Bogen zu meiner alten Philosophie zurückschlagen. Es wird genauso werden, wie du das als Meister in deinem Aventurien für dich gerne hättest und es deinen Spielern Spaß macht. Abgesehen davon, was alles so breit ist im Kanon und den ganz vielen Büchern steht. Selbstverständlich. wenn du ein alles vernichtendes Ragnarok haben möchtest, da hast du auf alle Fälle den Plotpunkt, wo du ihn bekommst, wo du ihn ausüben kannst. Wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, auch Möglichkeiten gibt es persönlich zu entwickeln, gerade dadurch, dass wir mit dem Sphärenmodell etwas sehr abgeschlossenes haben, kann man auch tatsächlich wirklich solche High-Fantasy-Sachen oder schon abgefahrenen Sachen machen. In dem man sagt, diese sieben Sphären, diese Zwiebel, die im Chaos da umherwabert, davon gibt es noch mehrere. Vielleicht ist da was anders dann, vielleicht ist dann da Borberat der Gute, der nicht besiegt werden musste. Da gibt es auf alle Fälle noch vieles. Wohin das geht, weiß man nicht, auch wie gesagt, weil wir auch nicht wirklich auf unsere Informationsquellen vertrauen können. Wir haben Kirchenerzählungen, Kirchen sind in dem Fall in Aventurien auch Institutionen mit einer eigenen Agenda, die auch zum gewissen Grad auch Machterhalt ist, je nachdem, wo man halt unterwegs ist und welchem Glauben man angehört. Und auch wenn es das viel verpönte Buch gibt, die Historica Aventuria, wo viele kosmische Wahrheiten drin festgehalten sein sollen, so ist das doch auch bloß aus der Perspektive einer Unsterblichen geschrieben und wie sie oder wie dieses unsterbliche Wesen das wahrgenommen hat. Also wissen wir auch selbst OT nicht richtig, ob diese kosmischen Wahrheiten auch wirklich Wahrheiten sind. Aus der IT Perspektive und das ist mein persönlicher Standpunkt würde ich sagen, dass das 13. Zeitalter kommt, mag man nicht bestreiten, aber wie es kommt, darauf kann ich Einfluss nehmen und spätestens an diesem Punkt oder mit dieser meiner persönlichen Überzeugung lohnt es sich ja dann entweder dafür oder dagegen oder irgendwo einen Mittelweg zu wählen. Also was man jetzt für sich und das große Ganze so ein bisschen ja als wertvoll dafür zu kämpfen annimmt. Genau, wir sind eigentlich auch schon fast am Ende unseres Podcast angelangt. Wir haben viele Aspekte gehört und der eine oder der andere, der vielleicht noch nicht so viel sich mit dem namenlosen beschäftigt sein, mag vielleicht nicht unbedingt alles auf Anhieb unbedingt ja sofort verstehen oder kennen oder gehört haben. Zwei Tipps von euch. Wenn ich mich mit dem namenlosen beschäftigen möchte mehr, habt ihr da vielleicht ein paar Tipps an unsere Zuhörer, was man lesen könnte? Also ich kann auf alle Fälle als für jemanden, der jetzt sehr unbeleckt ist mit dem kompletten Thema und dann noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hat, kann ich auf alle Fälle das Abenteuer Offenbarung des Himmels empfehlen. Da mit dem Wissen, was wir jetzt schon gestreut haben, man da gerade aus Meister Perspektive sehr viel machen kann, ohne da jetzt spoilern zu wollen, aber da kann man sich auf einen Fälle ganz viel mitnehmen und ich glaube für jeden DSA Neueinsteiger und der mehr über die Götterwelten verstehen möchte, meiner Meinung nach das Wiki immer zu empfehlen, das Wiki Aventurica, aber meine persönliche Lieblings Publikation ist tatsächlich die Kurzgeschichten Sammlung Sternenlehre, weil ich auch für mich immer wieder feststelle, umso mehr neue Facetten entdecke ich in diesen Kurzgeschichten und verstehe die Bedeutung von denen häufig mehr beziehungsweise verstehe die Tiefe, die dort auch mitgeteilt wird teilweise. Mischka, deine persönliche Lieblingslektüre, die irgendwo mit dem Namenlosen zu tun hat? Ja, ich bin ja so ein äh, wie nennt man das denn? äh, äh, Freund der klassischen alten DSA Literatur, auch wenn man manchmal denkt, wie kamen die da drauf? Äh, das, äh, klassische Abenteuer die Tage des Namenlosen. Muss man ein bisschen lieber als Meister reinstecken, damit sie es nach heutigem Dafürhalten rund anfühlt, aber ich finde es sehr gut, weil man halt wirklich mal als Hauptplot hat, die Tage des Namenlosen zu bespielen, was da so abgeht, was man da tut, was man da nicht tut und was da passieren kann. Also, zwei Abenteuer, die sich auf jeden Fall lohnen, rund um das Thema und als zweiten Tipp von euch beiden, macht es Sinn oder ist es vielleicht interessant, sich mal damit auseinanderzusetzen, als Spieler mal ein geweihtendes Namenlosen zu spielen oder eher aus Meisterperspektive die interessantere Geschichte, einen NPC reinzuwerfen? Also, ich kann gleich sagen, also meiner Meinung nach auch als die Person, die häufig in der Position der Spielleitung ist, ich würde unter keinen Umständen jemanden mitnehmen, der einen Namen, also eine namenlos geweihte Person spielt, außer es ist wichtig für meinen Plot, also dass er praktisch mein Co-Meister ist, dass mein Spieler mit einer festen Agenda ins Abenteuer geschickt wird, du beeinflusst jetzt die Gruppe in die und die Richtung, das ist das einzige Szenario, in dem ich es mir vorstellen kann, jemanden, der einfach mal einen namenlos geweihten spielen möchte, um toll Fledermäuse zu beschwören oder Leute zu beeinflussen, ist für mich tatsächlich ausgeschlossen. Dann sollte man lieber meiner Meinung nach in die Richtung der Spielleitung wechseln und das Konzept da für sich ausprobieren und dann auch natürlich jemanden als Antagonisten hineinbringen in den Plot und wie ich es vorhin schon gesagt habe, Protagonisten sollten die Chance haben, dem Antagonisten auch ordentlich auf die Mütze zu hauen, weil das ist befriedigend. Oder ihn zu überzeugen. Was meinst du, Mischke? Ja, ich kann da mich immer nur wiederholen, was steht im Gruppenvertrag, was habt ihr abgemacht, auf was habt ihr Bock, was willst du als Meister mitgehen, was macht euch Spaß? Wenn ihr sagt, ja, okay, wir spielen jetzt fünf namenlose Mörderhobos, die Garad in Flammen sitzen, macht das, solange es euch Spaß macht. Wir haben Bock darauf, dass einer den verdeckten, der kriegt den irgendwie zugewürfelt oder so, verdeckten spielt, dann wird definitiv PVP entstehen, finden wir super, dann macht das, ansonsten macht es nicht. Damit hätten wir definitiv ganz klar herausgestellt, es ist der namenlose und alles drumherum ist definitiv der Gegenspieler und wenn man jetzt nicht gerade die Gruppe des Bösen spielen möchte, die sich als Held in ihrem Tunnel vortut, ist es doch besser wahrscheinlich alles mit dem namenlosen dem Meister zu überlassen ins Feld zu werfen. Wenn ihr euch das angehört habt, schreibt doch mal einfach in die YouTube Kommentare. Wenn ihr es woanders gehört habt, ist ein bisschen schwierig, aber bei YouTube könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen beim wie ihr den namenlosen seht, wo ihr ihn hinsteckt und ist er das absolute Böse? Seht ihr auch Grauzonen? Das sind sicherlich interessante Fragen, die jede Gruppe für sich durchaus anders auslegen kann. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle für Onkel Behemoth, dass er uns heute als Gast und Fachwissender zur Verfügung stand oder jemand, der sich auf jeden Fall mit dem Thema doch durchaus gerne auseinandersetzt und natürlich an Mischka, der auch heute wieder beim Podcast mit dabei war. Gerne. Ebenfalls. Und dann wünschen wir euch mit unserem zwölften Podcast der 13. noch einen schönen Abend und wir hören uns dann im 13. Podcast. Ciao, ciao. und bis zum bis zum bis zum bis zum Vielen Dank.